Die Frage ist, wie wir Vertrauen entwickeln. Wenn wir uns das Wort Vertrauen anschauen, da ist es ein Teil Trauen. Also Vertrauen ist es auch sich trauen. Oder Zutrauen, gibt es ein Wort Zutrauen, gibt es auch. Also sich trauen, zu vertrauen. Vertrauen ist es, sich den Mut zu haben, sich auf den Weg zu begeben. Auch wenn am Anfang ist noch alles sehr unsichtbar. Es ist ein bisschen verwirrend und nicht klar, wie man den Weg geht. Und es sind so viele Konzepte, auch in dem Buddhismus sind ganz viele Konzepte und viele Methoden, wie man diesen Weg geht und wie man sich jetzt orientiert. Und dann gehört dazu Mut, also sich zu trauen, das auszuprobieren. Man kann nicht an etwas vertrauen, ohne wirklich die innere Entschlossenheit zu haben. Man muss sich auch entschließen. Ja, diese, das sind alles Paramis, die sind aber sehr schwach noch entwickelt am Anfang. Ja, die Entschlossenheit, etwas zu tun, etwas zu machen, etwas zu verändern, weil wir ja bis jetzt gelitten haben, nehmen wir einen Mut und entschließen wir uns, diesen Weg auszuprobieren. Es ist so ein bisschen wie, man kennt nur zwei Gerichte, weil die Mama gekocht hat. Ja, die Gerichte haben wir ja viele Jahre schon gegessen und es gibt in einem anderen Land ganz neue Gerichte, die wir ja nie gegessen haben. Werden wir ja nicht neugierig, werden wir ja nicht Mut haben, auszuprobieren, werden wir ja nie wissen, wie das schmeckt. Vielleicht aber wird das die köstlichste Gerichte, die wir ja je gegessen haben. Ja, also auch da braucht man ein bisschen Mut. Und so auch dieses Vertrauen zu entwickeln, es ist auf dem Weg, geschieht es mit der Entschlossenheit, mit dem Mut zu haben oder auf sich zu nehmen, auszuprobieren. Dann wird es mit dem Auszuprobieren, werden die Veränderungen im Geiste kommen und diese Veränderungen bewirken wieder, dass wir Vertrauen auch nicht entwickeln, nur, dass wir das Vertrauen schöpfen, aus diesem, aus diesem, dass wir ausprobieren, diesen Weg zu gehen und die Veränderungen auf eigenem Leib erfahren, aus diesem Weg Vertrauen, also aus der Praxis selbst. Vielen Dank.